Hallo Bremen! Und viele werden sich jetzt fragen, Atze Schröders neues Programm Meisterwerke, wie passt das zusammen? Meisterwerke, hä? Ich stand unter der Dusche, weil meine Glückslocken brauchen ja Pflege, aber ich stand unter der Dusche und hab mir überlegt, wie soll das neue Programm heißen? Und dann hab ich so an mir runtergeschaut und da stand der neue Name. Schönen guten Abend!